Ein Mann geht über eine Wiese und er sieht ein Loch und denkt sich, mein Gott, das ist doch ein Brunnen. Und er denkt sich, wie tief ist wohl dieser Brunnen? Er nimmt einen kleinen Stein und wirft den Stein in den Brunnen, hört und hört nichts. Denkt sich, vielleicht war der Stein zu klein. Er nimmt einen größeren Stein und wirft den da rein, hört, hört wieder nichts. Hört aber hinter sich ein Geräusch. Er dreht sich um, eine Ziege kommt im vollen Galopp auf ihn zu gerannt. Springt auf ihn zu, im letzten Moment geht er zur Seite und die Ziege springt in den Brunnen rein. Und er sitzt vor dem Brunnen und denkt so, boah, was war das denn jetzt gerade? Auf einmal kommt ein Bauer und sagt, haben Sie irgendwo meine Ziege gesehen? Ja, die ist gerade auf mich zu gerannt und ist hier in den Brunnen gesprungen. Das kann gar nicht sein, die habe ich an so einem ganz schweren Stein festgemacht. Ha 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 ha! Yeah Ah Ah Oh Bis zum nächsten Mal.